Reifen sind ein entscheidender Faktor im Bezug auf Umweltbelastung und Sicherheit im Straßenverkehr. Die Einführung der Verordnung 1222 von 2009 durch die EU hat das Ziel, diese Faktoren zu verbessern, indem sparsamere Reifen mit geringem Lärmpegel bei gleichzeitig hohen Sicherheitsstandards gefördert werden und Käufer besser informiert ihre Kaufentscheidungen treffen können. Ähnlich wie bei verschiedenen Haushaltsgeräten wurden durch die Verordnung Etiketten eingeführt, die im Falle von PKW-Reifen den Kraftstoffverbrauch, die Nassgriffigkeit und das externe Rollgeräusch aufzeigen. Die ordnungsgemäße Kennzeichnung von Reifen liegt in der Verantwortung der Reifenlieferanten, in der Regel Hersteller, deren Bevollmächtigte, Importeuren und Reifenhändlern. Es liegt in der Verantwortung jedes Mitgliedstaates, die Einhaltung durch eine Marktüberwachung zu überprüfen. Wir werden nun eine Inspektion des Reifenlabels beim Reifenhandel durchführen, um sicherzustellen, dass alle Regelungen gemäß Verordnung 1222 von 2009 eingehalten werden. Die Inspektion wird von der zuständigen Marktaufsichtsbehörde geplant und sorgfältig durchgeführt, um die vollständige Einhaltung zu gewährleisten. Zuerst müssen wir uns bewusst sein, dass die Kennzeichnungsbestimmungen nicht für alle Arten von Reifen gelten. Ausgenommen sind Reifen, die vor dem 1. Juli 2012 hergestellt wurden Runderneuerte Reifen Geländereifen für den gewerblichen Einsatz Reifen, die ausschließlich für die Montage an Fahrzeugen ausgelegt sind, deren Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990 erfolgte. Notreifen des Typs T Reifen mit einer zulässigen Geschwindigkeit von weniger als 80 km pro Stunde Reifen mit einem Nennfelgendurchmesser von kleiner gleich 254 mm oder größer gleich 635 mm Reifen mit Zusatzvorrichtungen zur Verbesserung der Traktionseigenschaften, wie zum Beispiel Spike-Reifen Reifen, die nur für die Montage an Fahrzeugen ausgelegt sind, die ausschließlich für Rennen bestimmt sind. Die Regelung gilt für Reifen der Klassen C1, C2 und C3. Die Etiketten werden auf dem Reifen so aufgeklebt, dass die darauf befindlichen Angaben wie folgt überprüft werden können. Sind die Angaben auf dem Etikett vollständig und stimmt das Design? Bitte überprüfen Sie folgendes. Die einzelnen Abmessungen Die Farbgebung der Effizienz-Skala und des EU-Logos Angabe der Vorschriften und des Kategoriencodes Stimmen Marke und Reifenmodell auf dem Etikett und dem Reifen überein? Stimmen die Angaben zu Größe, Maximalgeschwindigkeit und Lastindex auf dem Etikett mit den Angaben auf dem Reifen überein? Das Etikett sollte auch die richtigen Werte für Nasshaftung, Kraftstoffeffizienz und externem Rollgeräusch aufweisen. Sollten zum Verkauf ausgestellte Reifen nicht mit einem Label gekennzeichnet sein, so muss das zugehörige Label für den Endkunden deutlich sichtbar in unmittelbarer Nähe der Reifen angebracht sein. Sollte sich kein Etikett auf oder in der Nähe der Reifen befinden, handelt es sich um einen Verstoß. Im Falle eines Verstoßes entscheidet die Behörde, welche Maßnahmen nach der Inspektion zu ergreifen sind. Nach Abschluss der Inspektion besprechen Sie die Ergebnisse mit dem Verantwortlichen. Gegebenenfalls erteilen Sie Ratschläge zur Verbesserung der Konformität. Zur weiteren Überprüfung der Konformität kann Ihre Behörde vom Inverkehrbringer die Bereitstellung von geeigneten technischen Unterlagen, wie zum Beispiel Prüfprotokolle des Herstellers verlangen. Sollten weitere Tests erforderlich sein, können diese durch Testlabors durchgeführt werden. Die Verordnung 1222 von 2009 beschreibt auch diese Verfahren. Da diese Tests teuer sind, sollten sie erst nach sorgfältiger Prüfung der technischen Unterlagen durchgeführt werden. Sollten Sie der Meinung sein, dass Laboruntersuchungen nach Prüfung der technischen Dokumentationen erforderlich sind, stimmen Sie dies mit Ihrer Behörde ab. Sollten zum Verkauf angebotene Reifen für den Verbraucher nicht sichtbar sein, zum Beispiel im Onlinehandel, regelt die Verordnung, wie relevante Informationen anzuzeigen sind. Diese Angaben entsprechen denen auf dem Reifenlabel. Mit der Einführung dieser Regelungen und entsprechender Prüfungen will die EU die Kraftstoffeffizienz von Reifen und die Auswirkungen des Straßenverkehrs auf die Umwelt verbessern, ohne die Sicherheitsmerkmale von Reifen zu beeinträchtigen. Sollten Sie weitere Informationen zur Regulierung benötigen, besuchen Sie die Webseite der Europäischen Kommission. Kopien dieses und weiterer Trainingsfilme sowie Good Practice Anleitungen finden Sie unter www.mstyr15.eu